Herzlich Willkommen zurück zu Stardew LA. Morgen gibt es ein Riesengewitter, was richtig geil ist und der Gorobai ist auch dabei. Richtig geil, weil es ist der letzte Tag des Frühlings und wir haben so viele... Ne, es ist der vorletzte. Also am 28. ist der letzte Tag, ne? Das stimmt. Morgen ist der 27. Und ich habe Kartoffeln am Start. Unende. Am Stizzle, wie man so schön sah. Ja, Leute! Alter. So. Was hier noch? Kaffee? Ne, Kaffee ist nicht. Okay, let's go. Verkaufen. Und dann hat der Sklaventreiber, Herr Gorobai, uns ja irgendwie dazu gezwungen, jetzt Bäume zu fällen. Das ist eine Quest, zu der du nicht Nein sagen kannst. Ich hätte Nein gesagt. Die ist so easy mit dem Holz. Wir brauchen doch auch Holz. Holz ist doch tatsächlich auch das, was man immer braucht. Ich wollte ja auch eigentlich einen größeren Stall kaufen. War das nicht so? Ja. War das nicht eigentlich meine Aufgabe, diese... Ja, den Hüderstall haben wir erweitert. Ach ja, ich muss so Tiere dafür kaufen. Diese Session. So. Das Holz darf ich aber in die Kiste legen, ne? Das muss ich die ganze Zeit überprüfen. Ne, das darfst du nämlich... Also darfst du in die Kiste legen. Das wird nämlich schwer auf Dauer. Ah ja. Und so starb der Wald. Ja. Als die Tiere den Wald verließen. Wird hier neugierig. Schuld war Robin. Die zwei armen Bauern hatten einen riesen Deal angevorgeschlagen. Alleine, sie hat eine Werbeaktion. 1000 Holz. Ja, wir haben erst mal den Ball. Erst mal ihr Arbeitsmaterial roden. Ich bin gespannt, was die Belohnung ist. Ich bin gespannt, wie sie das rechtfertigen will gegenüber dem Naturschutz. Ich bin einfach nur gespannt, was die Belohnung ist. Weil alles, was kein Rabatt ist, bin ich nicht interessiert. Hier, Goro. Ich habe einen schönen Stuhl aus dem 1000 Holz geschnitzt. Ja. Ich komme mich gar nicht darauf klar gerade. So, wie viel Holz fehlt denn noch? 270. Bin ich wieder mit Kühen dran, ne? Yes, Sir. Du bist Anfang der Folge immer mit Kühen dran. Ende der Folge. Die Frage ist halt, gehe ich zu Robin, also gehe ich jetzt schon zu Robin oder warte ich noch, bis wir die 1000 Holz gerodet haben? Letzteres lohnt sich natürlich deutlich mehr, ne? Dann machst du nur einen Gang. Ja. Aber auf der anderen Seite, jeder Gang macht schlank, ne? Kommt drauf an, wo der Gang hingeht, wenn du auf dem Gang, wenn du unterwegs noch bei Maccas anhältst, nicht. Bist du mir so Team McDonalds oder Team Burger King? Ah, kommt drauf an! Ist launenabhängig. Echt? Ja. Boah, das ist schwierig. Was seid ihr denn, Chad? Seid ihr Team Maccas oder Team Burger King? Team KFC zählt nicht. Also die Burger sind natürlich bei Burger King ein Stück geiler, ne? Ja, aber die Chicken-Sachen sind bei McDonalds geil. Die sind natürlich da geiler, das stimmt. Äh, siehste? Das kommt auf die Laune an. Juhu, das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Beides. Aber wenn man jetzt wählen müsste, Xenia, wenn du jetzt wählen müsstest. Es steht ein KFC in McDonalds und Burger King nebeneinander. Wo geht die rein? Auf jeden Fall nicht in den KFC. Und ein Subway steht auch noch daneben. Oh, jetzt wird es schwierig, dann. Ja. Ich würde zu Subway gehen. Dann wird es... Subway. Ich würde auch zu Subway gehen. Glaube aber auch, ja. Hast du mehr für dein Geld? Gefühlt auf jeden Fall, ne? Ja. Und es gibt Cookies bei Subway. Richtig. Die sind auch gut. Dann Subway, ja. Ich sehe da schon, Subway ist hier. Extra Long Chitty Cheese. Es gibt auch Raps. Ja, in Subway gibt es auch Raps. Ansonsten zum Döner-Mann meines Vertrauens. Das geht natürlich... Ja, das geht immer. Darüber geht natürlich nix, ne? Gibt es ja nicht in Dänemark keine guten, ne? Döner? Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Haben sich die türkischen Mitbürger nicht zu euch verirrt? Durum gibt's viel. So Durum wollen. KFC warst du noch. Aber Durum ist doch wie Lama-Juno ohne das Zeug da drin. Ja. Aber ist doch auch geil. Ja, aber nicht, wenn du n Döner willst. Ja, aber n Döner und Durum ist doch same shit. Nur, dass der Durum gerollt ist und der Döner in der Tasche. Das stimmt. Oh, wir haben den Auftrag erfüllt. Ja, ich muss eh so robbeln. Kannst du den auch noch abgeben? Bei dir oben? Ja, 2500 bekommen. Sehr gut. Haben wir ja 5000 G gemacht. 5000 G und 1000 Holz. Die hätten wir auch so machen können. Aber ist ja okay. Aber so haben wir noch Geld bekommen. Du. Beschwör mich nicht. Ich hab jetzt optional eventuell mein ganzes Inventar voll mit Holz und anderem Kram. Aber sonst. Sonst ist gut. Braucht man Apple für irgendwas? Ich weiß nicht. Ich behalte die erstmal. Robin macht auch früh Feierabend. Na, ich muss mal los jetzt. Chat, ich brauche ein Küchengerät. Da hatten wir den Savage Maker. Haben wir schon gehabt oder was? Hab schon. Oh, was für ein Küchengerät ist denn geworden? Was für ein Tier vor allem? Eine Ente. Und wie heißt die Ente? Kannst du nachher gucken. So. Luxusstall. Okay. Soll ich eine Ente kaufen? Nur ja, ne? Oder zwei? Ich mach's mal. Nur eine. Ja. Tierbedarf. Was haben wir denn noch hier? Schafsschere brauchen wir noch. Wo? Können wir schon mal kaufen. Kriegen ja gleich Schafe, ne? Ne, Ziegen kriegen wir. Ne, was kriegen wir? Ich weiß es nicht. Ich hab da mal was beauftragt. Welch? Belio, Herz Erfrischen ist. Goroba hat den Bau von A großer Stall beauftragt. Statt da A? Ja, äh. Äh, großer Stall. Ich glaub, wir kriegen eine Ziege, ne? Oder ein Schaf? Ne, ein Schwein? Ne, Schwein nicht. Hä, stimmt. Schafe gibt's ja auch. Hä? Es gibt doch auch Schweine. Kann man im Witz und Upgrade dann zwei Sachen machen? Ja. Und auf jeden Fall mindestens ein Trüffelschwein. Ein Trüffelschwein. Aber wir haben doch schon dich auf dem Hof, Nephias. Ha, 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 ha. Oh, ich hab Willi schon zwei Geschenke gegeben. Das ist natürlich sad. Willi hast du schon zwei Wochen gegeben. Der coole Willi. Der Willi hat schon vier Herzen bei mir. Oh, Nephi. Sieg ist beim großen Stall, Schwein und Schaf beim Luxus. Okay. Hm. Dann brauchen wir die Schafstil, die er hat auch noch nicht. Man lernt nicht aus hier bei Stardew Valley Town. Man lernt nicht aus. Oh, der Pia hat heute Geburtstag. Oh, ne. Und morgen hat auch noch wieder Geburtstag. Oh, ne. Und wer ist Sandy? Äh. Sandy ist die in der Wüste. Ach so. Was mag er denn, der Pia? Weiß ich nicht. Und der hat heute Geburtstag, sagst du? Hm. Pia, das ist so ein Kaffeetyp eigentlich. Ich schmeiß ne Bohnen in die Kiste und holt ne Tasse raus. Ich dachte, so mach mal Kaffee. Das sah auf jeden Fall gut aus. Fertig. Supermarkt um die Ecke. Ah ja, Döner. Ach so, ne richtig geile Currywurst ist auch nicht schlecht, ne? Jetzt so Currywurst. Wo ist Pierre dann? Ist Pierre im, im... Der war gerade noch im Laden. Ja, jetzt nicht mehr. Ist Pierre abends in der Bar? Ist er so der Bartyp, oder? Der Binturon ist gendert. Wollen wir gleich mal gucken. Ach, da war die Bar. Alles auf einmal hier. Wie soll ich denn das machen? Pierre? Da ist Pierre. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Ach ne, so spricht Pierre gar nicht. Ah ja. Du, manchmal... Manchmal synchronisiert man die halt auch anders. Wo ist er denn? Ach, hier steht er doch. Der steht im... Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ah, nice. Äh, was macht er denn? Was hast du dem denn gegeben? Käse. Oh. Ist das ein geliebtes Geschenk? Ich weiß nicht. Ich hab auf gut Glück gemacht. Ich hab ihm Kaffee gegeben und das ist nur ein beliebtes Geschenk. Morgen hat Emily Geburtstag. Da weiß ich auch schon, was ich dir schenke. Ähm... Einen Diamanten? Nee. Aber auch ein Edelstein. Stimmt. Die mag ja Edelsteine. Amethysisten oder wie die heißen. Amethysisten. Magt ihr die nicht? Ja, die mag Amnes... 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 Ärzte... 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 Ärzte? Ohne Grenzen. Hm. Kaffee raus. Mal im Leser rein. Was? Klingt nach einem komischen Fetisch. So, ich hab hier alles. Holz hab ich ja abgebaut. Und Robin fängt morgen ihr... Ihr Dings an. Gehen wir heute mal früh ins Bett. Seht nicht rein. Mit dem ungesunden Kram denke ich immer, das schmeckt gut. Das kann nicht schlecht für den Körper sein. Das muss auch so sein. Also, anders geht das nicht. Ein Döner ist ja auch nicht schlecht. Oh, Handwerk oder Landwirt. Alle Pflanzen wachsen schneller. Handwerkswahlen sind mehr wert. Ah! Das da. Was bist du geworden? Handwerk. Echt? Hm. Oh. Ich bin Landwirt. Ja, das ist doch perfekt. Kann man aber ändern, wenn man will. Ach ja, es regnet. Es regnet. Und morgen... Herzlich Willi zum Abschluss meiner kleinen Herausforderung. Ich bin beeindruckt. Ach, Robin. Neues Herstellerzept. Steintruhe. Und 30 Heu von der Marni. Oh, Marni schenkt mir nichts. Aber Robin hat mir auch das Ding gegeben. Ich habe halt keine Erze mehr, die ich in meinen Ofen schmeißen kann. Eine Steintruhe? Wofür braucht man denn eine Steintruhe? Weiß nicht. Die ist optisch, glaube ich. Moment. Steintruhe? Ein Ort zur Aufbewahrung deiner Gegenstände. Ist die größer oder so? Gucken wir mal. Die ist auf jeden Fall hübsch. Die sieht nicht schlecht aus. Da hast du recht. Die ist nicht größer. Die ist nicht größer. Die macht aber... Ne. Auch kein anderes Geräusch. Die sieht einfach nur besser aus. Ja. Von mir aus. Von mir aus. Soll das so sein. Das abgeben. Ja, das lohnt sich alles nicht abzugeben. Machen wir es mal so. Bam, 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 bam. Da war das nicht drin. Hallo, meine kleinen Chickens. So, gib mir die erst. Ach Herr, unser zu den Kühen. Hallo, meine kleine Ente. So. Bam, bam. Wie hieß die denn jetzt? Kannst du gucken, wie sie heißt. Es ist besser, wenn du es so siehst, ohne dass ich es sage. Ist das das Hüten? Instant Pot. Finde ich cool. So. Warum nicht? Robin steht hier im Kuhstall und arbeitet. Sehr gut. So haben wir das gern. Ist die Kuh jetzt schon ausgewachsen? Ja. Ist sie. Jetzt habe ich gar nicht auf den Wetterbericht für morgen geguckt. Sonnig. Sonnig. Game Virus. Herzerfrischendes. Moin moin. Das ist ja belastend. Ja, 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 ja. So. Das haben wir auch alles. Ich wollte eigentlich... Fuck, ist es Samstag? Also, warte mal. Dann will ich hier rein. Nee. Aber es ist gut, wenn es regnet, ist keiner draußen. Dann kann man die Mülltonen durchwühlen. So. Okay. Fuck, kommt Emily auch nochmal raus aus ihrem Zimmer, wenn es regnet? Hallo, Emily. Ich habe ein Geschenk für dich. Und Emily so... Verschwinde! Wegen dir wohnt die da jetzt ganz alleine in dem riesigen Haus. Ah, das zweite Zimmer ist noch. Du kannst ja mit Emily. Das wäre natürlich... Kann man, glaube ich, nicht, oder? Doch, Emily geht. Muss ich mal mit Lea reden. Wir müssen... Wir müssen reden. Emily ist doch auch die... Einzige in Stardew Valley, die... Bevor du mit ihr... Verheiratet bist... Äh... Schläft wie bei dir im Bett. Ich hätte fast einen Fehler begangen. Ich hätte Willy fast einen Amethystengeschenk. Zum Glück habe ich dem diese Woche schon was geschenkt. Und Willy nur so... Das gefällt mir nicht. Das will ich nicht. Konntest du bei Emily nicht rein, oder was? Nee, die ist... Ich habe ihr ein Geburtstagsgeschenk gegeben. Schick die mal raus. Nee, die steht hier und macht hier was. Ich habe die Tür extra auch zugemacht für dich. Die ist noch offen bei mir. Aber es zählt nicht. Ah! Diese unsichtbare Kraft! Warte, ich schmeiß dir das den in den Kopf. Hier! Ah, sie kommt raus! Sie hat gesehen, wie ich mit dem Amethyst gewunken habe. Und gedacht, was will denn der komische Typ von mir? Ja, hier. Das ist natürlich belastend für dich, dass sie da nicht rausgekommen ist. Die ist raus! Ach so! Aber wieso bin ich denn so gut mit dir befreundet? Gegen Hayley, weil du dich da mit dran gemacht hast. Ach ja, jedes Mal, wenn ich Hayley ein Geschenk gegeben habe, habe ich gedacht, komm. Ja. Kriegt Emily auch noch eins. Du hast geguckt, welche williger ist. Und Hayley war halt williger. Boah, ich habe fünf Herzen bei Emily. Ich habe vier. Ich bin auch nicht so schlecht dran eigentlich. Eigentlich müsstest du aber in ihr Zimmer können dann. Ja, vielleicht jetzt erst, nach dem Geschenk. Ach so. Ja, das ist ja wild, Joe. Das ist ja wild. Äh. Äh, ja, dann dachte ich mir auch gerade. Hast du dasselbe gedacht wie ich? Ne, weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein besseres Schwert. Wo kriege ich denn das her? Das ist ein Döner jetzt geil, wer? Du sollst mir sagen, wo ich das bessere Schwert herkriege. Indem du eine prismatische Scherbe findest und das gleiche Schwert holst wie ich. Ja, die finde ich nicht. Wo konnte man die finden? Ja, die findest du halt in Höhen, random. Oder wenn du Geoden aufbrichst. Kann auch passieren, dass eine rauskommt. Da muss ich mal mit Clint zusammenarbeiten. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. Musst du halt mal mit Clint zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall. Musst du den Hintern halt mal hinhalten für Clint. Auf gar keinen Fall. Aber das ist das Letzte, was passieren wird. Clint und ich, wir hassen uns. Glaube ich nicht. Ist eher so eine Hassliebe. Stimmt. Ich hasse Clint. Er mag mich. Wow. Prismatische Scherbe. Das war ein Stein. Was habt ihr denn für den Sommer? Kann ich schon mal was einbauen? Einkaufen? Du auch hier? Ach, hi. Hast du auch die Quest angenommen? Ja. Ja. Was hatten die hier noch zu verkaufen? Hallo Pixels. Rote Beete. Ja, dann hast du es schon mal. Kann ich schon mal für den Herbst kaufen. Ja, dann nehm ich mal Rote Beete mit. Rote Beete. Gehst du wieder nach Hause? Ja, ist schon 16 Uhr. In die Höhle lohnt nicht mehr. Okay, ich muss noch mal in die Höhle. Aber kannst du sonst mal eine Rote Beete mitnehmen? Ich kann mit dir in die Höhle und die schützen. Das kannst du auch machen. Ich muss ja noch Ewe 25 erreichen. Das wird aber erstmal nix so. Oh, das wird ohne Schwert nix so. Also ohne coole Schwert. Die kriegst du nicht kaputt. Na toll. Da ist ein Loch. Komm, hier ist die Treppe. Die ist direkt offen. Lass rein. Let's go. Ich brauche ein paar Ärzte. Von daher passt das ganz gut. Du beschützt mich. Das ist, finde ich, sehr löblich von dir. Ich renne einfach mal durch. Oh, let's go. Oh, ich geh schon mal. Das goldt nämlich noch mit. Ich brauche ein Piratenschwert. So sieht es nämlich aus. Ah! Skelette wieder da. Aber die Frage ist halt, wo... Oh! Oh! Yo, 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 yo. Das war, was die Leute so mögen. Eine sehr gute Notiz, die ich nicht brauche. Oh nein. Hier ist die Leiter. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Wie. Wieso hast du denn so ein krasses Schwert auf? Weil das die prismatische Scherbe ist. Ich hatte die schon voll früh und habe überlegt, ob ich mir das Schwert instale hole, aber dann habe ich die erst bei Gunther ab. Guck mal, das Loch soll aber auch... Aber das tut weh, wenn du da reinfällst. Aber du fällst einige Ebenen tiefer. Ja, mal ausprobieren. Wie viel Health brauche ich denn? Ach, nicht so viel. Du stirbst nicht. Aber es kann sein, dass wir uns jetzt trennen. Ich bin vier Ebenen runtergefallen. Ich auch. Okay. Ein bisschen Health hat man verloren. Dann gönne ich mir lieber mal Käse zwischendurch. Stehe ich in der Höhle und esse so einen Käse, weißt du? Wir hatten so einen richtigen Stinkelkäse hier zu Hause letztens. Also bis heute quasi. Heute habe ich das letzte Stück gegessen. Das fand Tyska überhaupt nicht witzig. Käse? So Stinkelkäse kann ich hier überhaupt nicht essen. Ne. Fand Tyska überhaupt nicht lustig. So Gouda oder Butterkäse geht nur. Das war aber so ein richtiger extra gelagert. Ich habe das Herunterding gefunden. Ja, ja. Ich habe auch ein zweites gefunden daneben. Ebene 11. Ja, das wird erstmal nichts denken. Knochenfrack. Kommt doch ran, wenn wir ein paar Löcher finden, wo wir runterfallen können dann schon. Hier ist das Loch oben rechts. Ich bin on the way. Ich finde, das ist eine gute Arbeitsverteilung, dass du feitest und ich abbau. Das Schwert ist halt echt krank. Höhenkäse passt doch, stimmt. Höhenkäse ist... So ein leckerer Brie ist auch nice. Ich hoffe, ihr habt vorher... Ne, viel von rein! Hier ist das Loch. Okay. Juhu! Acht Ebenen, holy fuck. Acht Ebenen. 25 wird doch noch was. Das hat auch viel Damage gemacht. Ging. Ich habe voll gehabt eben. Brauchst du einen Käse? Ja. Ja? Ja, wenn du einen hast. Ja, den kann ich troppen, warte. Da. Du hast den? Frisch von dem Friesen abgeschöpft. Das ist Guros Haus gemacht! Hier ist der Leiter oben rechts. Oben rechts? Ja. Ich komme schnell. Oh! Würzigen Aal habe ich bekommen. Jawoll. Würzigen Käse. Warte mal, würzige Aal erhöht mein Glück, glaube ich. Achtung! Hinter uns! Ja, ja. Geh ohne mich! Ich habe eine Bombe bekommen. Nice. Oh, wützige Aal erhöht mein Glück. Den muss ich gleich essen. Noch vier Ebenen. Da ist noch ein Drache unten. Oh, die Kisten wollen wir aber haben. Die Kisten wollen wir haben. Der längste Weg ever, ey. Mach du frei. Ich hau. Okay. Och, der längste Weg. Es ist schon 23 Uhr. Ah, falsche Waffe. Das ist halt super uncool. Weil wir Ebene 21 sind. Ja. Wenn diese Ebene nicht kommen würde, ne? Hast du die? Ich baue hier schon immer ab. Oh nein. Oh, Fehler gemacht. Oh, oh. Kriegst du den? Ja, ja. Auf dem Weg frei. 23. Ich habe ihn. Ja, aber die Kisten. Ich hole die. Oh, so viele. Warte. Ich brauche auch. Ah, die du holst. Dann teilen wir brüderlich. Und nächste Ebene ist der Weg schon frei. Nice. Ich komme. Ich habe den würzigen Aal gegessen. Mein Glück ist erhöht. Noch zwei Ebenen, Nephi. Ich haue das Monster und hoffe, dass dann der Weg rauskommt. Nein, das wird nix. Das wird nix. Komm, ich habe extra den Aal gegessen. Wir müssen gehen, Koro. Scheiße. Ich laufe schneller als du. Fahr schneller. Los, 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 los. Oh nein. Wie lange braucht der Bus? Ah, eine Stunde. Goros Bett ist doch machbar. Das Bett ist voll weit weg. Oh, ich bin drin. Passed out. Mist. Aber im Haus passiert auch nix, oder? Ich glaube nicht. Bin mir unsicher. Scheiße. Oh Mann, wir waren die vorletzte Ebene. Ja, müssen wir nochmal hin. Kein Ding. Die müssen wir nochmal hin jetzt. Jetzt? Nächste Folge doch. Ja, nächste Folge. Müssen wir da nochmal hin. Scheiße. Es war schön, es war witzig. Gleich nochmal rein. Gleich nochmal rein, Leute. Vielen Dank für's Zusehen auf YouTube. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Ciao.